25. Mai Budapest. Ich verließ Budapest am frühen Morgen. Ich hatte den Eindruck, dass wir den Westen hinter uns lassen und in den Osten eintreten. Der Bezirk, in dem ein Reiseziel liegt, befindet sich im äußersten Osten des Landes, angrenzend an drei Länder. Transsilvanien, Moldawien und Bukowina, mitten in den Karpaten, eines der wildesten und am wenigsten bekannten Gebiete Europas. Mein Freund, willkommen in den Karpaten. Ich erwarte begierig Ihre Ankunft. Am Borgopas wird Sie meine Kutsche erwarten und zu mir bringen. Ich hoffe, dass Sie eine angenehme Reise von London gehabt haben und dass Sie Ihren Aufenthalt in meinem schönen Land genießen werden. Ihr Freund D. Tagebuch, 25. Mai.